Heute gibt es mal kein Let's Play, sondern eine kleine Ankündigung, nämlich eine Livestream-Ankündigung und diesmal für den 19. Juli, also für diesen kommenden Samstag, 18 Uhr wird es einen Livestream geben auf twitch.tv, also www.twitch.tv, äh, slash, Lennart Rw, genau so. Ähm, wir werden Omsi fahren, wir werden Train Simulator fahren, wir werden vielleicht auch noch zum Abschluss dann eine Folge Flat Simulator X machen, oder einen kleinen Teil, genau, aber das werden wir nochmal sehen, was jedenfalls schon gesetzt ist, ist Omsi und Train Simulator, was wir noch mit Flat Simulator X machen, werden wir sehen. Ähm, ihr könnt mir gerne noch in die Kommentare schreiben, was ich fahren soll, weil ich habe schon so einen ungefähren Plan für Omsi und eigentlich für Train Simulator auch, aber, ähm, vielleicht kann ich, es gibt bestimmt auch mal eine Zeit, aber die kann ich immer Wünsche berücksichtigen. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet, ja, was gibt es noch groß zu sagen, ich freue mich auf Samstag, bis dahin, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn viele kommen würden, das wäre sehr schön. Also, bis dahin, Links alle in der Videobeschreibung und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also, bis dahin, ciao, gute Fahrt euch und tschüss.